hallo und herzlich willkommen zurück hier zu dark souls remastered ich bin das wolf und ich muss hier uns das dunkel erleuchten das letzte mal waren wir hier da sagt sind wir hier im grab mal der riesen angekommen haben hier diesen wurde dieses wunderschöne arschloch kennengelernt und sind da drüben verrückt bis zum geht nicht mehr ich habe mich ein kleines bisschen umgehört und umgeguckt man muss hier runter das ist der eigentlich bevorzugte weg hallo wie waren das noch mal ach so weiß trinken nein das ist nicht trinken trinken da ist trinken ich weiß wo es ausreichend das trinken ich muss die ich muss die steuerung ändern ach du heiliger dich so nächster komm hier leucht er wackelt hallo wackeltackel gut jetzt habe ich die möglichkeit die steuerung umzustellen ach du heiliger weil die tasten getauscht sind wahrscheinlich optionen das waren die falschen optionen doch steuerung tasteneinstellung da eingabegerät controller hier guten morgen knuffschi wie geht es dir wie steht es bei dir ich hoffe es geht dir gut waffel wechseln waffel wechseln gegenstand zauber das will ich auf springen gibt es eine taste für die ist jetzt b aktion ok einhandangriff nutzen ist und waffe tauschen ist x ok nie stopp du was ausweichen soll b aktion a benutzen von gegenständen y und das wechseln ist x ok na dann hoffen wir mal ajo da wechseln wir die waffe da ist das da ist hopp aktion gut rühe 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 kleinen moment ich bin doch gerade gestorben bin ich dumm ach die einstellungen einstellungen am bogen immer 261 tole dann wollen wir mal leucht mir den weg meiste gierung au wo bist du da bist du trinken Ich habe es falsch umgestellt. Au! Das fängt super an. Was habe ich gesagt? Wie oft werden wir heute sterben? Kaffee. Kampfhase. Kaffee. Und ich bin ein netter Wolf eigentlich. Unterrutsche? Gibt es denn noch Damage? Jetzt habe ich das Team wieder nicht umgestellt. Ech. Du. Au! Jetzt habe ich ja nicht mal oft genug Cappuccino in der Reichweite. Na, das ist doch schon mal vorteilhaft. Ich habe mal gehört, es gibt kein falsches Level in diesem Spiel. Man kann es ohne Hochlevel durchspielen, ohne Probleme. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Näh. Wir haben jetzt euch. So. Da bist du dich nehmt als Zweihand. Okay. Wir müssen die bloß wegkriegen. Das ist ja ne Kacke. Mami, 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 die mögen mich nicht. Tast. Das hast du ne Spinnung besitzt. Ja, sind sie. benutzen will ich x und da will ich was sollst du ja die patten mich einfach mal so aus dem leben raus das ist nicht nett macht zweimal pat und ich bin weg mein stuff blödsinn ist halt ich muss die platt machen die verfolgen einen egal wo ich bin daten benutzen punk weil ich halt nicht sehe es ist so kacken arsch zappen duster hier unten dass ich die attacken der gegner nicht sehe wenn ich die blöde lampe hochhalte kann ich zwar sehen aber dadurch sind auch meine aktionen begrenzt dunkel das war knapp die kacke ist ich komme ja auch nicht weg ich kann jetzt nicht einfach sagen ich habe hier keinen bock mehr drauf ich teleporte mich einfach woanders hin geht ja nicht das heißt ich muss hier durch und live tach komm hier Ach, die Taschenlampe tut auch noch in meinen Ausdauer ziehen. Oder was? Au. Rink. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Spiel hasse? Es wird wieder ein wunderschöner Monolog von Tod, 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 Tod. Ich glaube, es sind vier insgesamt. Wunderschöner Monologin ist immer noch auf der falschen Taste. Ich muss Rollen umlegen. Nee. Hacke. Mal rufen. So. beinstellungen wollen soll sein ja bringen soll sein ja aktion jetzt funktioniert es einigermaßen das ist blöd wenn man einen neuen controller kriegt bekommt die alten tastenkürzel nicht mehr richtig kleine taschenlampe brennen guck 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 mal eins weg hab ich irgendwas zum werfen ich hab bomben wow noch was so noch daneben schlagen ist damit ha ha au ja jetzt rollt der weg noch was oder keinen mehr ausgewählt den ausdauer aufladen was auch jetzt kommt gleich einer von hinten ich bin dann auch noch diese komischen zwei typen au juhu wir haben sie geschafft hier ist die dame und da sind äh ihre zwei beschützer und die gehen uns auf den sack durch die blöde lampe können wir halt nicht gut sehen oh gott ist das hier ne kacke das problem ist wir müssen an denen auch noch vorbei ich weiß ich weiß allerdings nicht sind das permanente oder einfache gegner das heißt ich darf jetzt nochmal gegen die blöden äh noch einen haufen kämpfen nee also krab mal der riesen ist echt beschissen wo sind meine seelen da erst seelen holen im limit auuuutsch ist auch bloß da um ein den schaden rein zu drücken damit wird bei den anderen weniger warum ändert der den fokus damit die man bei den anderen weniger ist das hat würde ich mir vorstellen au wir gucken mal durchs inventar da ist das flakon hinterlegt ist rufsymbol ehrenabzeichen ist die umwelte feuerhütemörder doch von thomas an am welt verband nach hause zurückkehren beschleunig aus der station kommt man hier irgendwie weg reparaturpulver goldharz heimkehr knochen zum leuchtfeuer der letzten rast zurück das wäre hier abfall kupfermünze zu zeichen zu welchem leuchtfeuer x zu zeichen welche damit versehen worden werden nach dem tod wiedergeboren ach so tot aktiviert wir können es probieren nein aufstehen ich will doch bloß hier weg noch irgendwas das sind schmiedematerialien das sind schlüssel waffen wir müssen hier durch hatte hoffnung dass wir dass es irgendwas gibt um hier weg zu kommen wenn ich nicht die ganze zeit diesen blöden kopf halten müsste wie das zeug ich denke erstmal was leuchten aufpassen hier gehts runter au man muss halt prädikten wo die sind man muss halt prädikten man muss halt prädikten wo die sind trink so der krawaffe rausholen hört hier auch schon wieder die komischen hundebellen nur einen von den triggern wäre cool hier Alter!